Und du bist Tänzerin? Ja, ausgebildete Tänzerin. Hab sogar ein Diplom gemacht. Ballett. Ballett? Magst du mal was? Ja, die möchte auch was vormachen. Komm, mach doch mal was vor mit Ballett. Komm, Tanja, einmal. Sie macht das hohe Bein jetzt, das hohe Bein. Meine Damen und Herren, das hohe Bein, das hohe Bein. Das hohe Bein, das hohe Bein. Hey! Wenn das jetzt mal eine sexy war. Also ich würde das jetzt auch vormachen, aber bei mir würde dann die Hose so spannen. Ja, das lass ich jetzt mal einfach. Oh, ich glaub, ich möchte das gar nicht sehen. Nein, 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 nein. Ja, und ihr, 1, 2, 3, 4, habt dann den Bellini-Tanz entwickelt, ne? Ihr Tänzer. Ihr wart fünf? Dann Dara, hast du auch mitgemacht beim Bellini-Tanz? Ja, ja, ja. Ach so, ich dachte, du wärst mehr so die Sänger. Dann hab ich gesagt, ja, nun mal.